Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Ein Medienportal verbreitet ungehemmt Fake News und wird schließlich für seinen Einsatz gegen Desinformation ausgezeichnet. Das wäre Stoff für eine Satire. Tatsächlich aber handelt es sich um den nächsten Akt in der mehr als kuriosen Korrektiv-Saga. Nun ist David Schraven in den Fokus geraten. Der Korrektiv-Chef hatte in einem FAZ-Interview über ein Gerichtsurteil gelogen, das in Bezug stand zu der Berichterstattung seiner Mitarbeiter über ein angebliches Geheimtreffen in Potsdam und diese Falschaussage nun zugeben müssen. Und zwar just an dem Tag, als die Medienstiftung der Leipziger Sparkasse verkündete, man wolle an Korrektiv einen mit 10.000 Euro dotierten Preis verleihen, wegen seiner herausragenden Kontrollfunktion in einem Geflecht aus Desinformationen, Halbwahrheiten und Falschbehauptungen. Der linksgrüne Komplex ist wohin genau eigentlich abgebogen? Die Lüge ist zur Wahrheit geworden. Das Orwell-Virus grassiert. Längst ist bekannt, dass sich die Medien-NGO Korrektiv ordentlich verhoben hat, mit ihrer Behauptung, in Potsdam sei die millionenfache Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund beschlossen worden. Nichts weiter als eine ausgedachte Grusel-Story. David Schraven aber legte noch einen drauf. So sagte er im FAZ-Interview, das Landgericht Hamburg habe die Kernaussagen der Korrektivberichts zur Remigration bestätigt. Allein, das Gericht hat das mitnichten getan. Es verhandelte lediglich eine Klage im Zusammenhang mit der Berichterstattung. Schraven musste nun gerichtlich anerkennen, dass er eine Falschbehauptung verbreitet hat. Im Januar griff die Tagesschau die Korrektivrecherche Geheimplan gegen Deutschland auf, die über das Treffen in der Villa Adlon berichtet, wo der Österreicher Martin Sellner einen Vortrag zum Thema Remigration hielt. Laut Tagesschau ist dort auch die Ausbürgerung deutscher Staatsbürger besprochen worden. Tatsächlich hatte das Treffen, bei dem unter anderem Vertreter von AfD, CDU und der Werteunion anwesend waren, die Thematik Remigration zum Inhalt. Martin Sellner stellte dort seine Ideen vor, die er als Masterplan zur Remigration bezeichnete. Das OLG äußerte sich dazu wie folgt. Prozessual ist von der Unwahrheit der Behauptung der Antragsgegnerin, es sei bei dem Treffen in Potsdam die Ausweisung deutscher Staatsangehöriger diskutiert worden, auszugehen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.